Vielleicht kennen einige von euch das Spiel, ähm, Getting Over It. Da musst du ja quasi mit diesem Typen, der in dieser, in dieser, in dieser Vase sitzt, ja, musst du da hoch. Und das ist halt in 3D hier. Man kann sich halt übelst verletzen und hast du nicht gesehen. Aha. Okay, also ich muss hier, stellen wir runter, ja? Okay. Das ist schon mal easy. Alles entspannt. Stellt euch mal vor. Das ist erstmal so viel zu laut, ne? Also ich denke mal, ich werde das jetzt hier one time, first try, easy schaffen. Oder auch nicht. Muss ich so ein bisschen an die, ah, an die Steuerung gewöhnen. Oh, so. Ah! Scheiße. Ah! 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 Wallah! Mann, wieso schaffe ich denn diesen Sprung jetzt nicht? Bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Ey, das ist halt... Ah! Ich mach das nicht mit Absicht, ich schwör's euch. Ah! Cooles Spiel. Vor allem, ich laber eben noch von first try. Ich glaube, ich werde niemals an diesen Kugeln vorbeikommen. Wenn man es erstmal weiß... Das ist ja auch nicht so schwer. Ja! Oh mein Gott! Das ist ja voll einfach. Da ist mein Ding! Ich brauch das Ding! Ich krieg die Schuhe nicht. Ah! Der springt so langsam! Ah! Das war aber nicht so langsam, ne? Aber wir leben, wir leben. Ich habe gerade 1,50 für dieses Spiel ausgegeben. Nein! Gibt zwei Wege, ja und... Aber hier links geht doch keiner lang, oder? Das ist doch voll der Pro-Weg. Das geht nicht, weil der zieht sein Ding zurück! Mann! Wusstet ihr, das hat schon irgendjemand rausgefunden, dass es hier eine Ego-Perspektive gibt? Oder bin ich jetzt der Welterste? Ah! Hä? Hä? Wie? Wie hat das Ding mich erwischt? Ich kann das Lied ändern. Oh mein Gott! So, das habe ich schon mal gesehen hier. Das muss man nämlich so... Okay, okay. I'm bleeding. Soll ich da links rüber? Oh nein! Ich spring da jetzt rauf. Und dann meinst du... Oh nein! Das ist ein Trampolin! Ich habe immer boing! Wieso bin ich nicht an meinem Safe-Bond? Habe ich da nur bestimmt viel Leben? Ah! Nein! Nein! Flieg rüber, rüber, rüber! Mann! Mann! Geiles Spiel. Ey, das ist nicht dein scheiß erste Dreckskugel! Keine Ahnung, what happened! Ja! Das wollte ich! Das wollte ich! Ist ja noch voll der weiche Weg! So, ich spring da jetzt aber so immer hin und her, ja? Ne Taste! Woran bin ich verreckt? Äh, äh, äh! Äh, äh! Mann! 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 Alter, wie viele... Alter, da liegt ein richtiger Berg! Also, ich meine, auf Speed kommt es jetzt sowieso nicht mehr an. Ah! Soweit waren wir noch nie. Uuuh! Uuuh! Mama, Mama, Mama! So. Ah! Der steht da noch! Was ist passiert? Also bleibe ich nicht einfach in dieser Ritterburg. Was ist denn da hinten? Was erwartet mich denn da? Was will ich da? Warum habe ich Hühner? Ich muss das Huhn rüberbringen oder was? Ja! Nein! Nee! Seht ihr? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Easy. Easy. Einfach. So macht man es. Man muss sich auch mal schubsen lassen. So spielt man das Spiel. Oh mein Gott! Eher drücken? Aber wann drücke ich Eher? In dem Moment, wo ich... Also... Im Flug kann ich ja nicht Eher drücken, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Mann! Sauer! Hallo! 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 Wo ist mein Leben so? viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit, viel zu weit! Ah, das ist eine Treppe! Ah! Wie muss ich denn zielen? Wie muss ich denn zielen? Muss ich so zielen? So, dass ich quasi bei dem Pillar genau gerade gucke? Oder ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts? Wo will ich denn hin? Na, das ist jetzt blöd. Wo dieser Schaschlik ist, oder will ich noch weiter als zum Schaschlik? Also will ich auf den Berg, oder will ich weiter als den Berg? Ah, 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 ah! Weiße Richtung! Ah! Was? Da unten ist noch so ein... What is happening? Was war das? Was war das? Mann! Ich glaube, dass ich mir das schon 50 Minuten gebe. Matteo ist besser als ich. Das nimmst du sofort zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse ja vieles über mich ergehen. Aber ich lasse mich nicht unter einen Hamburger Matteo drunter stellen. Ich möchte hiermit offiziell ein Alt-F4-Duell mit Matteo von Bonjoa. Ich möchte ein Alt-F4-Duell mit Matteo von Bonjoa. Ich habe jetzt hier in 50 Minuten 64 Hits gebraucht. Das ist in Ordnung. Ja? Aber ich lasse mir nicht sagen, dass ich schlechter bin als Matteo. Never! Clip it this und schick it dem. Alter, weißt du, wie ich meine? Matteo hat es durch. Nee. Ich werde das nochmal probieren. Ich werde jetzt trainieren. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich werde das auch irgendwann durchhaben. Ich weiß, dass das letzte ist, was ich mache. Scheiße! Schafft man das in drei Minuten? Ich bin froh, wenn ich in drei Minuten hier bei einem coolen vorbei bin. Oh, nee! Oh, nee! Luppi! Nein, nein, nein! Zeug, 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 zeug! Nein, Mama Mia! Oh, Mann! Das ist jetzt mein 69. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Da unten ist dieser Steg, ja? Also da. Ihr seht es nicht, aber da, was ich quasi angucke. Da will ich hin. In der Mitte von der Klappe, ganz knapp davor, nach rechts drauflaufen und kurz vor der Landung erdrehen. Das ist jetzt leicht rechts von der Mitte. Einfach drauf. Das war zu wenig, ne? Aber da will ich hin. Also das da vorne, das will ich, ja? Da will ich hin. Das ist das Ziel. Das ist zu früh. Da gibt's Gulasch. Ich kann fliegen! Ich fliege! Scheiße. Aber es ist zu wenig. Ich hab das nämlich schon kommen. Geh auf! Dann wieder zu spitzer Winkel. Ich muss ein bisschen mehr, ne? Ihr wisst schon. Ein bisschen mehr nach vorne. Ich muss ein bisschen mehr... Also kann ich von hier auf. Ich gehe einfach hier so quasi, also weil ich da hinten ja hinten... Hier vorne gehe ich rauf. Und dann springe ich. Ich mach jetzt so. So. Ist das falsch gewesen? Ja. Offensichtlich. Also ich stelle mich so hin. Gucke so rüber. Und lauf diagonal. Easy. Aber zu wenig. Aber das ist es. Das ist es. Das ist es, ne? Okay. Now I got it. Ja, alle guten Dinge sind 78. 80. Ja! Ja! Wuh! 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 Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Vor allem, wie ich schon anfange zu dämmen, Alter. Oh, das war peinlich. Das reicht nicht, ne? Das reicht wieder nicht. Das reicht wieder nicht. Mann! Kann ich auch... Also, ich bin ja jetzt... Ich bin jetzt immer zu dem. Soll ich es lieber zu dem? Ich war schon drauf. Ich hatte es schon. Wieso bin ich nicht weggeflogen? Bin zu wenig gesprungen, oder? Jetzt gib mir das Ding, Digga! Ich raste aus! Nein! Oh! 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 Nein! Das kann doch nicht sein, Mann! Das kann doch nicht sein, Mann! Ich kann nicht mehr... Wie kann ich denn jetzt so weit fliegen? Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein! Ja, geil! Ey! Oh, Urlaub, Leute. Auch ganz dringend Urlaub. Gib mir den Kackballon, du Kack-Kacke! Das ist jetzt schon wieder... Ne, ich bleib jetzt hier oben. Wait! 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 Nee! Nee! Du Arschgesicht! Ich geh' pissen! Ich geh' jetzt pissen! So. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt nicht! Doch, der kommt! Der kommt! Ja! Ich lebe... Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso lebe ich nicht? Was drück' ich jetzt? R oder Steuerung? Jetzt verarsch mich nicht. R oder Steuerung? Kurz bevor ich lande. Mann! Oh, da hat's doch geknallt. Geil. Ja, ja, ja. Das sind Drexhühner, ne? Ja! Nichts am Anfang? Hä? Mit diesen Wabbeldingern? Da? Das ist doch nicht einfach! Wo ist das denn einfach? Das steht doch schon schwer drauf! So, jetzt jete da rüber, du kleiner Lachs. Nicht zu weit, nicht zu wenig. Ja, 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 ja. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Will dieses Spiel mich eigentlich komplett verarschen, oder was? Ich raste komplett aus. Dann schaffe ich das auf diesen Kacksteg. Dann packe ich in den Boden. Wabbel, wabbel. Was ist das? Was zum Teufel? Es ist doch nicht wahr. Ich habe ganz knapp vom Boden R gedrückt. Aber so ein Millimeter. Und jetzt hänge ich hier. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Außer in die Ego-Perspektive. Wohin mit meinem Leben? Das war's. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt's doch nicht. An einem Huhn sterbe. Dann fahre ich zu Wiesenhof und mache den Laden platt. Ich habe eine goldene Rüstung. Ah, der hunderte Tod. Ah, der hunderte Tod. Schön. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt nicht. Ah, ist das da? Ich habe falschen Knopf gedrückt. Fuck mein Ass. Mann! Ja! 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 Woo! Woo! I got it! I got it from my mama! Dann gehen wir hier nochmal. Wo geht's denn hier lang? Warum fliegen hier Fische durch die Gegend? Ich bin so glücklich gerade, dass ich das hier rüber geschafft habe. Ehre in meinen Arsch rein. Was ist das denn? Okay. Ja. Okay. Ja, egal. Wir haben nur 103 Versuche gebraucht, um auf diesen Scheißsteg zu kommen. Ich glaube, das reicht für heute. Alter, vier. So. Ich glaube, das reicht für heute. 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 Ich glaube, das reicht für heute.